moin moin ihr lieben da ist es zwei fans und freunde ja beim ende vom letzten part ist eine ganz schöne scheiße passiert ja ihr wisst was ihr meine jetzt mal eben beim versuch zu springen aus der gesamten mehrbrauchsfliege und mal wieder in stand derf bin und dann wieder am anfang dieses level starte egal was ich gerade alles erledigt habe natürlich und auch die kiste muss sie neu einsammeln natürlich ja und dementsprechend bin ich heute immer noch sehr ungut gelaunt denn ich nehme diesen part am selben tag auf wie auch die letzten zwei parts und dementsprechend darf ich jetzt alles wiederholen was sie gerade getan haben so komm ja los ach komm jetzt mach so sind wir hier wieder kann man dreht sich wieder selbst irgendwie lang wie es gerade will was soll denn das warum springst du denn irgendwie ach diese scheiße mit den mit dem ring ist leicht behindert denn die kamera spring doch gerade aus weiter wie ich das auf die befehle beim drücken nein du machst irgendeine scheiße da ich habe meine hände nicht am kameras dick und das ist hier die mit der kamera so schwingt sie hier rum ich soll mal so bitte springen und spielen können gerade bei der sprungpassage kann man das mal jemand sagen ja voll der macht so ne scheiße hallo hallo ich kann nicht mehr ja du mich auch na los komm ran du pisding na los komm ran die scheiß kamera meine fresse ja wegen der scheiß kamera weil sie sie wieder verstellt hat beim springen soll man da gerade ausspringen wenn die irgendwie so mach meine fresse ist unspielbar er ist rüber da du sollst gerade ausspringen aber hallo was soll denn das wir haben wieder ein instant tap weil ich aus der karte fliege ey fick dich und wieder von vorne und wieder die kiste sammeln hoch da jetzt langsam macht das spiel kein spaß mehr rauf da jetzt lauf auf die scheiße mach auf mach auf mach auf jetzt soll das mich so aufregen aber ist soll der scheiß ihr selbst würdet euch auch aufregen bei so nem scheiß ist doch unspielbar so kann mir doch keinen zumuten die scheiße komm rauf da rauf da rauf da ich hab auf sprungtaste gedrückt spaß der wenigstens fange ich hier an so sehr unlogisch aber egal jetzt über oh man ich drück doch nach vorne dann musst du nach vorne springen was ist denn für ein problem ist das dir so schwer oder was ja ohne worte ganz ehrlich ich bin ich mir nerven am ende mal langsam mit dem scheiß hier doch wie soll man denn da rüber kommen wenn die scheiße hier so rumspackt ich drück doch nach vorne mann ich drück doch nach vorne dann muss auch nach vorne springen und überhaupt mal springen und nicht die festklammern oder irgendwie sonst wie springen komm los hab ich kein bock mehr drauf meine fressen los warum springst du immer nach links sollst geradeaus nach vorne springen ich drück doch nach vorne mann ich drück doch die ganze zeit nach vorne muss auch nach vorne springen sollte ich so nach vorne springen wenn denn die kamera mal da hinten sich justiert hm höhe sterb los runder genau fight all mothers spannshund ey komm na los na los Los, 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 los. Alter, ich hab keinen Nerv mehr auf die Scheiße. Ich möcht das doch nur let's playen. Mit spaßamer Scheiße. Geh mal, geh nicht mal im Scheiß Bucks hier. Nach vorne. Ich drück nach vorne. Ich drück doch nach vorne. So. Nach gefühlten zwei Stunden habe ich es jetzt endlich ausgewählt, hingekriegt, darüber zu kommen. Meine Fresse. Kann doch nicht so schwer sein. Ja, nicht. Ja, der fickt dich. Du hast ja wenigstens saufen. Das kann ich noch nicht benutzen. Ach, komm, ey. Idiot. Es geht ja nicht weiter. Hoffentlich. Oh, wunderbar. Na klar. Na, das ist ergeblich so schnell auf den Sack. Ist alle eine tolle Idee. Und wer jetzt immer funktionieren würde, wäre es nochmal toll. Aber natürlich funktioniert sie... so schnell auf den Sack. Kein Kommentar. Rauf da. Rüber. Hoch. Bitte hoch. Ganz ruhig. Es ist nur ein Spiel. Es ist nur ein Spiel. Spiele haben Bugs. Ja. Alle Spiele haben Bugs. Gut. Machen wir das eben so. Rauf. Rüber. Bitte. Fein. Oh ja. Wie ich mich freue. Genau. Ist klar. Ist klar. Ja. Ist klar. Genau. Besser. Ich drücke nach vorne. Das ist dem aber scheißegal. Und der Klammer zieht einfach fest. Und macht nix. Hallo. Hättest du da festhalten können? Ist. Ja. Oder so. Spawn einfach jetzt hier drüben. Hab hier auch keine Probleme mit. Spiele so willkürlich. Meine Fresse. Nächste Runde auf dieser Seite. Und natürlich springst du nicht weiter. Obwohl ich nach vorne drücke. Sonst spring. Natürlich genau. Warum auch ey. Man will ja nur weiterkommen. Das Spiel nochmal durchspielen. Aber das kann man nicht. Weil. Ach ey. Fickt euch. Fickt euch. Spieleentwickler. Virtual Games. THQ. Fickt euch einfach. Fickt euch einfach. Fickt. Ja. Auch was. Ja. Toll. Und diesmal selber nicht drüben. Jetzt muss ich den Weg nochmal machen, klar. Sag ja, das Spiel ist so backhaltig und macht eigenständig Sachen und rutscht da runter jetzt. Ich hab nicht die L-Taste gedrückt zum Asche holen. Meine Fresse. Wieso hältst du dich da nicht fest, hä? Wieso hältst du dich da nicht fest, Mann? Wie soll man spielen können, wenn die Person sich nicht festhält, weil er nicht weit genug springt und mehr als nach vorne zum Springen drücken kann ich nicht. Soll ich extra in mir einen Trainer ohne Laden und Flugmodus aktivieren, oder was? Ist das, was wir wollt, ihr Entwickler, hä? Ist es das? Langsam glaube ich das nämlich. So. Ich hab nach vorne gedrückt, verdammte Scheiße. Ist es denn so schwer, den Befehl nach vorne auch auszuführen? Natürlich ist es schwer, denn diese Scheiße mit den scheißt-tode-schwingen-Dinger oder wie die Dinger da heißen. Das ist ja so verbuggt. Ist dämlich, ey. Ich drück nach vorne, verdammte Scheiße, Mann. Boah, regt mich die perfekte Scheiße hier auf. Scheißegal, ob es ein Part überhaupt da jemand sieht. Da habt ihr den Ton ausgemacht, da habt ihr den Part ausgemacht, ist mir scheißegal. Heute ist mir alles scheißegal. Hoch da jetzt. Bis rüber. Klar, und jetzt springt er durch den Balken. Schmeiß diese Scheiße gleich aus dem Fenster raus. Ach, geht das gar nicht. Ich hab das Scheißspiel ja digital gekauft. Klar. Warum nach vorne springen, wenn ich nach vorne drücke? Das ist nur eine Tasteneingabe, die vom Spiel eigentlich aktiviert werden muss, wenn man die drückt. Klar, pfff, scheiß drauf. Köstliche Spielstreckung oder was? Spielzeitstreckung. Ich bin hier drüben. Prompt, stell dich auf Offscreen, mach einfach so, klappt das. Fragt nicht, warum. Der Neck ist ja weiter, für die nächsten zwei Minuten oder so. wieder so ein Scheiß, scheiß Portal-Dingern. Ja, soll's da rüberspringen. Wow, toll. So, was haben wir denn hier unten? Top, gar nix. Na, kletterlang, komm. Klett... hallo? Ey, er ist ein Kletterbug auch noch, oder was? Seht es, wie er sich da drin festhält? Meine Fresse! Ach super, da komm ich gar nix... Ach, komm. Meine Fresse, ja, hoch. Geh halt da durch. Geh weiter. Der ewige Thron. Dann kann ich bewegen. Komm, danke. Hat der Kanzler dich geschickt? Nun, Reiter, ich habe den Tod schon einmal besiegt. Und ich kann es wieder. Ich habe keine... Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Natürlich nicht. Du stinkst immer noch nach Hoffnung. Du hättest dich nicht mit dem Kanzler treffen können. Kanzler Kling, Herr Raffi. Seit Ewigkeiten lässt seine Zunge Gift in die Ohren des Königs der Toten tropfen. Er sitzt fast auf dem ewigen Thron und er verlangt Dienste. Wer bist du? Ich bin der Meister der Klingen. Und alles, was von dem Krieger aus dem Reich der Menschheit übrig ist, der einst traben ließ. Ich hätte vor langer Zeit den Quell der Seelen passieren sollen. In der Arena habe ich meine Freiheit gewonnen nur, um unter das Joch des Königs der Toten zu geraten. Na, sehr interessant. Was können wir hier lernen? Gottes Faust. Na, kaufen. Das kam unerwartet. Oh ja. Sollte er mal den Sprachskaber wieder lauter stellen, ansonsten versteht er ja gar nichts. So, und jetzt? Geh erstmal hier runter. Ladevorgang, ey. Verarschen. Wir einfach mal eben nur die Sachen durchschlägt und dass es nicht kaputt geht. Ne? Hier. Was soll das? Das ist echt dumm, ey. Ach, ja. Ja, wir haben ja da diesen Typen kennengelernt, der von einem Kanzler redet. Den Kanzler haben wir aber noch nicht mal getroffen. Sehne das Spoiler von ihm. Aber naja. Oh, da haben wir eine Münze eingesammelt. Wow. Ach, komm. Ich leg das Ding noch kaputt. So. Jetzt ist wieder Schlang vor die Hand. Ich habe aber nichts. Irgendwie klingt das hier nach dem Stein, der hier irgendwo ist, aber egal. Grad kein Bock da nachzusuchen. So, mal das Gold ein hier. Und dann weiter. Geh zum Tron-Saal, sprich wie den Fürsten der Knochen. Gerne. Niemand stört den Fürsten der Knochen ohne Erlaubnis seines Kanzlers. Ein Reiter im Königreich der Toten? Nein, nein. Das funktioniert niemals. Ich muss mit dem Fürsten der Knochen sprechen. Das ist unmöglich. Mein Herr besucht sein Reich. Eine Last, die selbst die Kräfte von euch Reitern überfordert. Und welche Verwendung hast du? Ein Türstopper? Es gibt jedoch einen Weg, ihn aus seinem Schlummer zu wecken. Die Goldene Arena. Dort wird Sterblichen eine letzte Chance geboten, sich dem Grab zu entziehen. Eine Gunst, die eine Audienz beim König beinhaltet. Besiege den Champion der Arena und kehre mit seinem Schädel hierhin zurück. Seine Majestät wird dir dann einer Audienz gewähren. Und wo ist diese Arena? Mach dir keine Sorgen, Reiter. Wir sind bereits angekommen. Lass mich mit dem Fürsten der Knochen sprechen. Dann werde ich euren Champion verschonen. Und dich vielleicht ebenfalls Kanzler. Du kannst nicht erschlagen, was bereits tot ist. Aber du kannst es gerne versuchen. In der Arena. Vergiss, was ich darüber sagte, dich zu verschonen, Türsteher. Erzähl mir vom König der Toten. Seine Herrschaft ist ewig. Sein Wort ist Gesetz. Und seine Zeit ist unbezahlbar. Ich stelle sicher, dass er nur mit jenen sprechen muss, die es auch wert sind. Dann siehst du ihn wohl selten, Kanzler. Was hat Achidna mit eurem Königreich zu tun? Wie ich hörte, hatte sie ein eigenes. Das Schattenreich Isselikia, war, wo die blinden Schwestern ihre Netze spannen. Viele Feinde meines Herrn flüchteten damals dorthin, als seine Herrschaft noch jung war. Wir jagten sie. Achidna konnte so gerade entkommen. Vielleicht suchte sie dort Unterschlupf und webt dort noch immer ihre Bosheiten. Euer König ist nicht der Erste, der hier herrscht, richtig, Kanzler? Es gab einen anderen. Eine Kreatur namens Arghul. Zu verrückt, um ihn auf dem Thron zu lassen. Ich half meinem Herrn, ihn loszuwerden und vernichtete sogar einige seiner Diener. Tschüss, was würde mein Herr nur ohne mich machen. Sei in der Arena vorsichtig, Reiter. Sollte dir etwas passieren, bin ich mir nicht sicher, ob ich damit leben könnte. Du bist tot, wirst niemals leben. Ja, wir haben Fekas Punkt erhalten, unter anderem das, und unter anderem haben wir jetzt eine neue Aufgabe bekommen. Aber erst mal nochmal mit Iria. fahle Reiter in Fleisch und Blut. Du sagtest, du hast in der Arena gekämpft. Bist du gegen den Champion angetreten? Ja, und wenn du beabsichtigst, dich mit diesem Schläger anzulegen, musst du verrückt sein. Ich möchte eine Audienz beim König der Toten. Wie ich es mir dachte, verrückt. Glasfore wird dich in Stücke reißen. Jaja. Du hast die Arena überlebt. Nun, Teile von dir haben es. Die Bestie ist stärker geworden, seit ich mich ihr gestellt habe. Sie nährt sich von Zorn und Fleisch jene, die durch sie fallen. Ich habe ums Leben gekämpft, um zur Erde zurück zu kehren und eine große Armee anzuführen, die alles erobern kann. Doch hier diene ich. Ich, Draren, der sich nie vor Menschen beugte. Dass der König der Toten weniger ist, macht es nicht besser. Das nennst du das Reich der Toten? Ich habe noch keinen Leichnam getroffen, der nicht versucht hat, mich zu töten. Es gibt Wesen in diesem Reich, die es nicht beim Versuch belassen. Ich nenne sie die Blutlosen. Albtäume aus Klauen und Knochen, die nicht mit gewöhnlichem Stahl erschlagen werden können. Es muss eine Möglichkeit geben, sie zu töten. Blutlose sind verwundbar durch Dinge des Geistes. Gleiches tötet Gleiches. Ist es das? Ja. Und da der König der Toten sehr angetan ist von seinen Blutlosen, solltest du so viele wie möglich töten. Wie entstehen diese Blutlosen? Seelen müssen die Stadt der Toten durchqueren, bevor sie im Quell neu geboren werden. Aber manche entkommen ihren Qualen und suchen andere Reiche heim. Und so wandeln die Toten wieder und die verdorbensten unter ihnen werden zu Blutlosen. Ihr Fleisch kann vernichtet werden, aber ihr Geist widersteht dem Töten. Ja, und wir haben eine neue Quest bekommen. Töte drei Blutlosen in den Reich der Toten und drei Blutlosen in den Schmiede landen, aber das machen wir ja später. Ja, eine weitere Kill Quest, warum auch nicht. Äh, ich gucke eben kurz wegen der Zeit des Partes, Moment. Moment.